Hallo liebe Leute, also ich habe mir vorgenommen die ganze spirituelle Szene, die ganze deutsche spirituelle Szene aufzumischen, bis sie alle auf den Spirit-Konferenzen rumlaufen und sich die Haare ausreißen und sagen, verdammt nochmal, der Juniji macht uns fertig, der meint es richtig böse, der will uns alle fertig machen. Wie kann der nur schlecht reden über uns? Das ist überhaupt nicht spirituell, was er macht. Ne, also mein Plan ist letztendlich die Szene tatsächlich ein bisschen aufzumischen und da ein bisschen wirkliches Erwachen reinzubringen. Nicht im Sinne Reaktionsvideos, sondern im Sinne Leute, die vielleicht schon bereit sind, einen weiteren Schritt zu gehen, den Erwachungsschritt zu gehen, den wahren spirituellen Erwachungsschritt und warum sollte man dazu auch nicht ein bisschen aufmischen dürfen? Ja, weil ich glaube, dass das Ganze hat sich schon ein bisschen zu festgefahren. Also es werden ja immer wieder die gleichen Videos ausgespuckt und keiner kommt vorwärts und ich spüre, da weht ein neuer Wind. Es kommt eine neue Zeit. Die neue Zeit bricht an, macht euch bereit. Auf das musst du jetzt achten. Komm, das machen wir jetzt als Titel. Das wird lustig.